Das ist jetzt Crank & Coffeesang für den ersten Wort verlecker! So Jenny, und jetzt mal gut zählen! Die Wahl sind ja letztlich unter den Tieren und mit einer Künftbesaufter auf dem Band. Es waren zwei Co-Pilotinnen, die den Fehler begangen haben. Wie gesagt, wir wissen es noch nicht, ob möglicherweise auch die Fahrer einfach nicht regeln. Normalerweise entscheide ich auch. Ich habe eine Geschichte mit Armin Kremer beim Hafenland Rallye 2001 oder sowas, wo der Beifahrer gesagt hat, eine Runde noch und der Kremer hat gesagt, nichts ist. Ich fahr raus, ich weiß es genau. So wild driftend hier. Gut, der Green Coffee, der ist hier aus Spaß. Er ist nicht so tragisch, es geht nicht um irgendeine Meisterschaft und irgendwelche Punkte. Oh, oh. Jetzt soll man ein bisschen wie ein Siegesound genießen, wenn er das Auto anhat. So ist dann Jenny in Fielersmacht, aber er hat sich ausgeglichen. Jetzt kommt sie mal. Und rutschendet sie. solo schon. Vielen Dank.